Hallo zusammen. Letzte Woche wurden sechs Männer zwischen 21 und 23 Jahre auf Mallorca festgenommen, weil sie eine 18-jährige Deutsche vergewaltigt hatten. Das ist die Geschichte hier in der Originalquelle Ultima Ora, die aus Mallorca berichtet, hier in einer Google-Übersetzung. Die Geschichte ist furchtbar und abartig und trotzdem muss ich euch die Details erzählen, die uns die Zeitung von der Polizei berichtet hat, weil auf die Details kommt es an und da gibt es für uns einiges zu kommentieren. Vor allem, da alle sechs türkischer Migrationsherkunft sein sollen. Was ist also genau passiert? Passiert ist Folgendes. Die 18-jährige Deutsche hat am Strand auf Mallorca einen der späteren sechs Täter kennengelernt. Sie haben sich kennengelernt, waren völlig Fremde und haben dann einvernehmlich entschlossen, miteinander zu verkehren, Geschlechtsverkehr zu haben, direkt am Strand selbst. Haben sich am Strand ein bisschen zurückgezogen, hatten dort Geschlechtsverkehr einvernehmlich. Dann hat er sie gebeten, dass sie doch mit auf sein Hotelzimmer kommen könnte, damit sie dort nochmal zusammen sein können. Dann sind sie in seinem Hotel, wurden aber an der Rezeption aufgehalten. Die Rezeptionistin hat gesagt, nein, du darfst sie nicht mit hochbringen auf dein Zimmer. Dann hat er die Idee, dann gehe ich doch zum Hotel meiner Freunde. Da komme ich auch ins Zimmer rein und da haben wir vielleicht eine Chance. Sie war wieder einverstanden, sind sie gewechselt ins Hotel der Freunde und dort kamen sie tatsächlich ins Zimmer rein. Wurden diesmal nicht aufgehalten und haben dort noch einmal miteinander verkehrt. Die Freunde waren nicht da. Dann kamen zwei der fünf Freunde dazu und die beiden Freunde wollten auch mit ihr. Und sie war wieder einverstanden. Und dann haben sie es auch getan. Und dann kamen die drei weiteren auch noch dazu, wollten ebenfalls. Jetzt war sie aber nicht mehr einverstanden. Jetzt wollte sie nicht mehr. Und sie haben sie dann dazu gezwungen und haben das Ganze auch noch gefilmt. Und sie ist dann schreiend rausgerannt. Rezeption und die Polizei, das Hotelmanagement wurde natürlich aufmerksam. Polizei wurde gerufen. Einige von den sechs sind geflohen, aber zum Letzt wurden dann alle sechs festgenommen, sind in Urhaft und wurden schon Haftrichtern vorgeführt. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre wegen Gruppenvergewaltigung. So, das sind die abartigen Details, abartig von beiden Seiten. Sowohl von den Tätern als auch aber von diesem 18-jährigen Opfer. Und jetzt dazu einige Kommentare. Ein häufiger Kommentar, den man gelesen hat, war, befeuert durch diese Zeitung, warum sagt man, das waren sechs deutsche Täter? Diese zwischen 21 und 23 waren ja alles Türken. Die waren doch türkischer Herkunft. Das muss man sagen. Wie kann es sein, dass Zeitungen das verschweigen? Nicht alle Zeitungen hatten diesen Migrationshintergrund. Fakt, falls es ein Fakt ist, also die Behauptung der spanischen Zeitung rübergebracht. Und die Leute, die das immer wieder fordern, dass doch der Migrationshintergrund erwähnt werden müsse, damit man sehen kann, wie gewalttätig, was für Vergewaltiger diese Migranten doch sind. Da habe ich doch mal eine Frage. Erstens, das sind Türken. Ich kenne nun hier im Einzelnen nicht, aber die meisten Türken sind hier in deren Alter, in der dritten oder vierten Generation. Sind das wirklich Türken, abgesehen, dass sie von Staatsbürgerschaft natürlich sowieso deutsch sind. Aber kann man sagen, das sind Türken? Die Türkei ist schuld an ihrer Sozialisation? Die Türkei hat sie zu solchen Monstern sozialisiert, zu solchen abartigen Menschen? Nein. Die sind hier aufgewachsen. Die wurden bei uns in Deutschland sozialisiert. Und ich habe schon oft in hohen Tönen und sehr lobend über die deutsche Kultur gesprochen. Aber was ist die deutsche Kultur, die diese Leute mitgenommen haben? Welche Kultur haben sie denn aufgesaugt hier in Deutschland und im Westen? Die Kultur, die sie aufgesaugt haben, aus Serien, bestehend aus Serien, aus Filmen, aus Computer- und Playstation-Spielen, bestehen doch eigentlich nur aus zwei Elementen. Aus Sexualität und Gewalt und der Kombination von Sexualität und Gewalt. Und genau das haben sie doch hier ausgelebt. Das ist doch ein großer Teil der deutschen Jugendkultur. Das ist doch nicht die Schuld der Türkei. Das ist unsere Schuld. Das ist unsere Realität. Deswegen der Hinweis, ja, das sind Türken, man muss ihnen den Pass wegnehmen. Was für eine Ausflucht ist das? Was für ein Abschieben der Verantwortung? Nein. Das sind deutsche Jugendliche. Sie sind deutsch-unterschicht-sozialisiert und haben genau das getan, was die Kultur ihnen jahrelang vorgespielt hat auf den Bildschirmen und auf den Computern und Playstations. Das ist der erste Kommentar. Also immer dieser Reflex, ach, das sind nur Migranten und Migrantennachkommen, aber wir Deutsche, die wir reine Deutsche sind und seit tausend Generationen nur deutsche Vorfahren haben, wir würden natürlich niemals so etwas tun. Wollt ihr wirklich, ganz ehrliche Frage, wollt ihr wirklich, dass ab sofort bei jeder Vergewaltigung, die irgendwo berichtet wird, dass da immer dabei steht, der Onkel Herbert aus Sindelfingen hat seine kleine Nichte Stefanie vergewaltigt letzten Dienstag, haben keinen Migrationshintergrund. Wollt ihr das wirklich? Soll da immer dabei stehen bei jedem Verbrecher, dass er keinen Migrationshintergrund hat und Vergewaltigung ist in Deutschland, sowohl in solchen Fällen wie auf Mallorca, hier müssen wir auf diese Seite gehen, Ultima Ora, da gibt es einen Vergewaltigungsbericht nach der anderen, das ist gar nicht so etwas Besonderes. Das ist erstens absoluter Standard, leider, von Deutschen im Ausland geübt. Nicht nur solche Fälle, ihr wisst, was los ist bei Deutschen, die nach Thailand gehen, aus einem einzigen Grund, das ist wohl bekannt, da werden wir aber nicht permanent Berichte hören, dass er das war und er hat das wieder getan und der hat es auch getan und alle hatten keinen Migrationshintergrund. Und zweitens, die mit Abstand meisten Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffe, die es in Deutschland gibt, bei Migranten und auch bei Leuten ohne Migrationshintergrund. Die geschehen im engsten Umfeld und die geschehen in Masse und die geschehen in so einer riesigen Menge, dass Experten davon ausgehen, dass wir einen Faktor 100 oder einen Faktor 1000 haben, der die echte Dunkelziffer ausmacht im Vergleich zu denen, bei denen es tatsächlich zu einer Ermittlung kommt. So viele deutsche Kinder werden aus ihrem nächsten Umfeld vergewaltigt. Es ist abartig, aber es ist eine Wahrheit und es ist wirklich eine große Heuchelei, dass hier so getan wird, ah, guck mal, die Migrantenkinder. Und das ist kein Whataboutism, sondern es stellt dar, dass wir keinen realistischen Blick haben, wenn wir solch eine Bewertung vornehmen. Dann natürlich sind das die gleichen Leute absurderweise, die von Islamisierung Deutschlands sprechen, durch Migranten. Was denn jetzt, Leute? Solche Typen, die, wie gesagt, in der vierten Generation hier leben, glaubt ihr, die islamisieren Deutschland, indem sie auf Mallorca einen 18-Jährigen vergewaltigen, die allerdings schon vorher die ganze Zeit mit ihnen rummachen wollte? Glaubt ihr, das ist Islamisierung? Wenn ihr das glaubt, dann wisst ihr wirklich nicht, was Islam bedeutet und vor allem, welche Strafen Islam in so einem Fall denn vorsieht. Und je nach Fall, und da bin ich auch dafür, dass in Deutschland da stärkere Strafen vergeben werden, seht dort das islamische Strafrecht sehr dauerhafte Strafen für Täter vor. Je nach Fall, abhängig von den gewissen Umständen. Das heißt, diese Idee, ah, da sind keine richtigen Deutschen und das Ansehen Deutschlands wird im Ausland beschmutzt wegen dieser Türken. Leute, da haben wir ganz andere Fälle, ganz andere Fälle. Und nachdem ich das jetzt alles gesagt habe und nachdem die Abscheulichkeit der Tat vollkommen klar ist und wie gesagt, sehr viel dauerhaftere Bestrafungen als 15 Jahre Gefängnis sind aus meiner Sicht zu befürworten. Was für abartige Jungs, egal ob sie nun türkischer Migrationsherkunft sind oder nicht. Ich muss jetzt auch noch ein Wort sagen zu dem Mädchen und ich weiß, dass das irgendwie nicht mehr gesagt werden darf in Deutschland, weil es ist ja das Opfer und deswegen dürfen wir über ihr Verhalten kein Wort verlieren. Das wäre ja eine Relativierung der schrecklichen Tat. Nein, ist es nicht. Die Tat ist schrecklich und sie soll maximal bestraft werden, wenn es nach mir geht. Trotzdem müssen wir etwas darüber sagen. 18-jähriges Mädchen, 18. 18 Jahre alt und am Strand trifft sie einen Fremden. Direkt verkehrt sie mit ihm am Strand, geht dann auf sein Zimmer oder auf das Zimmer der Freunde. Nochmal! Dann kommen zwei seiner Freunde und mit den beiden auch. Und erst dann bei Nummer 4, 5 und 6 möchte sie nicht mehr. Schreit dann und schreit raus und holt dann die Polizei. Hat sie keinen Anteil daran? Ist es nicht auch ein Teil ihrer Schuld, dass sie so etwas getan hat? Nochmal, das ist keine Relativierung. Dafür wird keine Schuld der Täter weggenommen. Ich habe jetzt dreimal gesagt, was ich mit den Tätern machen würde. Leider muss man das immer wieder sagen. Aber ist das ein auch nur halbwegs nachvollziehbares Verhalten? Aus welchem Haus kommt sie, dass sie sich so benimmt? Welches Mädchen würde so etwas tun? Ist das nicht eine Abartigkeit? Es gibt andere Fälle, die weniger heftig sind und trotzdem zum Augengrunzeln führen. Wir hatten das in Bremen hier gerade. Vor einigen nicht gerade, das ist glaube ich einige Monate her. Da hat, ich weiß nicht mehr, ob es im Spätherbst war es glaube ich oder im Spätsommer letzten Jahres, da hat eine junge Studentin Anfang 20 die geniale Idee gehabt, in engen Joggingklamotten im Bürgerpark joggen zu gehen. Und zwar um halb drei nachts. Warum nicht? Ist doch eine toughe Frau. Sie kann doch machen, was sie will. Was sie macht, das macht sie. Sie ist doch frei. Aber ist das eine gute Idee, im Bürgerpark in Bremen um halb drei als junges Mädchen joggen zu gehen? Nein, das ist keine gute Idee. Ich wäre auch für eine Welt, in der das absolut sicher ist, aber das ist nicht unsere Welt. Und wenn ein Mädchen oder eine junge Frau so erzogen wurde, dass sie denkt, das wäre eine gute Idee und in dem Fall ist es leider furchtbar schiefgegangen, weil es dort einen so kranken Täter und zu der Uhrzeit gerade gab im Bürgerpark. Deswegen weiß ich ja davon. Wenn sie das nicht weiß und wenn ihr das nicht klar gemacht wurde, dann haben wir hier auch ein gesellschaftliches Problem. Dann werden offensichtlich junge Frauen nicht dazu erzogen, dass solche Situationen für sie sehr gefährlich sein können. Du kannst nicht mit einem Fremden, das Intimste alles machen, was du dir nur vorstellen kannst und dann keine Gefahr laufen, dass es furchtbar eskaliert. Sogar im Rahmen deiner ohnehin schon kaum vorhandenen moralischen Maßstäbe. So, das ist mein Kommentar zu diesen verschiedenen Formen von Gewalt, sogenannter Migrantengewalt, den angeblichen Deutschen, die tatsächliche Deutsche sind und vor allem, das worüber keiner spricht, die moralische Erziehung von Mädchen und jungen Frauen, die sich dadurch einfach nur in Gefahr begeben, ohne dass es die Schuld von abartigen Tätern relativiert. Wie seht ihr das? Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.